Jo Leute, wir sind auf dem VP Klanggeladen statt und heute kommen wir wieder Top 5 Aber ich werde heute nicht auf die Clips eingehen, weil ich auch ein Thema dabei Aber erstmal zu Platz Nummer 5, da werdet ihr auf Nuketown ein Clip sehen mit der Scar Hr-Spieler, weiß ich leider nicht Aber wollen wir auch erstmal direkt zum Thema kommen Und zwar, wir haben die 6000 Abonnenten geknackt, danke an alle, die unsere Videos generell schauen, liken und auch kommentieren Danke für eure Support einfach Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir machen nicht so ein Standard-Abo-Special Wo wir einfach ein spezielles Video hochladen oder sowas, wo die Abonnenten nicht wirklich was von haben Sondern nur einmal was zum Anschauen, haben wir uns gesagt, komm, wir verlosen auch Sachen Und erstmal werden wir einen 12 Stunden langen Livestream machen Das heißt, ja, einfach 12 Stunden langen Livestream Aber es kann auch sein, dass er länger geht, also wir wissen auch noch nicht ganz genau Es kann sein, also mindestens 12 Stunden lang wird der Livestream gehen Und wenn wir noch mehr Bock haben, noch mehr zu streamen, dann wird er noch weitergehen Also so lange, wie wir Lust haben, aber wie gesagt, mindestens 12 Stunden lang Und in diesem Livestream-Wert werden mehrere Sachen verlost Und zwar werden wir erstmal, aber erstmal werden wir auch mit Abonnenten zocken Das heißt, ihr habt die Möglichkeit mit uns zu toppen, ein bisschen mit uns abzuhängen und alles Und auch im Livestream sogar dabei zu sein Das ist richtig geil, also im Livestream dabei zu sein Und in diesem 12 Stunden Livestream werden wir mehrere Sachen verlosen Und zwar werden wir einmal ein Key verlosen für ein DLC in Advanced Warfare In welchen DLC, weiß ich ja nicht, ob da jetzt gerade ein neues rauskommen ist Oder ob da ein neues kommt oder so Ich hab keine Ahnung, ich kenne mich mit Advanced Warfare nicht aus Auf alle Fälle werden wir, wie gesagt, ein Key verlosen für ein DLC in Advanced Warfare Und das ist aber noch nicht alles Und zwar werden wir nochmal drei Multi-UAs verlosen Das ist richtig geil, ohne Scheiß, weil jeder weiß, man braucht einfach ein Unlock-All Und das ist einfach sehr wichtig und das finde ich richtig geil Aber das war immer noch nicht alles Und zwar für alle, die neu mit YouTube anfangen oder auch schon vielleicht länger YouTube machen Aber keinen Bock haben, sich Kanaldesigns zu kaufen Werden wir nochmal drei Kanaldesigns verlosen In diesen Kanaldesigns werden mindestens Avatar und Banner vorhanden sein Es kann auch sein, dass da noch mehr vorhanden ist Vielleicht auch ein paar Thumbnails oder so Oder ein Intro, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau Auf alle Fälle werden mindestens ein Avatar und ein Banner dabei sein Und wie ihr das alles gewinnen könnt, das ist eigentlich relativ simpel Ihr müsst einfach, ja, beim Livestream vorbeischauen Ich weiß nicht genau, wann der kommen wird Aber dazu werdet ihr nochmal ein Infovideo sehen Wann der Livestream kommen wird Und in diesem Livestream werden alle Sachen verlost Das heißt, ihr müsst den Livestream schauen, um die ganze Sache zu gewinnen Und ich denke mal, das war's mal mit dem Video Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mit mir vorbeischauen Und haut da rein Leute, bis zum nächsten Mal Ciao